Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Bittere Kräuter gehören auch zu unserem Leben. Das sind die Dinge, die uns nicht gefallen, die wir aber nicht ausklammern können aus unserem Leben. Wir wollen das nicht, aber es bringt uns näher zu Gott. Ja, Gott hat uns doch einen wunderbaren Kräutergarten gegeben. Und darum geht es heute. Und hier habe ich auch ein paar bittere Kräuter gefunden. Und mein Thema ist heute bittere Kräuter. Bittere Kräuter können das Essen ganz schön vermasseln. Und das ist das, was man nicht so gerne hat. Und jeder von uns schaut, dass er nur wohlschmeckende Gewürze zum Essen nimmt und bekommt. Da ist der Thymian, der Rosmarin, Basilikum, dann die Minze, der Sauerampfer, der Salba, ja genau, und die Arnica, die zwei Heilkräuter. Habe ich da noch mitgebracht. Und falls wir dann doch einmal zu bestimmten Kräutern greifen, wie diese hier, ist das der Fall, wenn es uns nicht gut geht und wir uns den Magen verdorben haben. Und dafür gibt es die sogenannten Magenbitter. Der Name sagt uns schon, dass da wohl bittere Kräuter drin sind, die uns aber in diesem Fall gut tun sollen. Und ich habe mich gewundert, dass ich solche bitteren Kräuter auch kaufen kann. Und da haben wir zum Beispiel den Wermut. Und der schmeckt ziemlich scheußlich. Ich habe ihn probiert und der ist sehr bitter. Dann haben wir hier die Weinraute, auch ein sehr bitteres Kraut, wo man, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was man mit diesen bitteren Kräutern sonst noch machen kann als Magenbitter. Ja, ja, die Weinraute und dann habe ich noch eins gefunden. Das ist der Isop und der schmeckt auch ziemlich rau und bitter und nicht sehr angenehm, recht scheußlich schmecken diese drei Bitterkräuter. Der Name sagt uns schon, dass da wohl bittere Kräuter drin sind in so einem Magenbitter, die uns aber gut tun sollen. Ja, auch in der Bibel lesen wir von bitteren Kräutern. Bevor das Volk Israel aus Ägypten auszog, sprach der Herr zu Mose und Aaron, was sie als Vorbereitung für den Auszug tun sollten. Und da lesen wir im zweiten Mose 12, drei bis neun. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am zehnten dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Das, was Gott hier vorgeschrieben hat, ist ein Bild bzw. ein Vorläufer auf Jesus. Das vollkommene Lamm, das sein Blut für uns vergossen hat. In diesem Bibelfers steckt sehr viel Symbolik. Doch was meint ihr dazu? Lamm braten, am Feuer gebraten, mit Brot, ohne Sauerteig. Bis dahin sind wir sehr einverstanden. Ja, das schmeckt wunderbar. Können wir uns richtig hineindenken. Ja, da nicken schon ein paar. Und dann mit bitteren Kräutern sollt ihr es essen. Und das ist das, was nicht so schmeckt. Und samt seinem Kopf und Unterschenkeln und Eingeweiden und nichts bis zum Morgen übrig lassen. Das ist ein sehr üppiges Mahl. Kommt darauf an, wie viele Personen daran beteiligt sind. Was haben die Menschen sich wohl damals dabei gedacht? Ich glaube nicht, dass sich jeder über diese bitteren Kräuter gefreut hat. Mancher hat sie vielleicht ganz klein geschnitten, dass man sie nicht so merkt. Wenn man die ganz kleinen Blättchen nimmt, wie zum Beispiel bei diesem Wermut hier. Der hat kleine Blättchen. Wenn man die so einzeln nimmt, dann schmeckt es nicht so scharf. Oder man vermischt es mit irgendetwas anderem, dass man es nicht so schmeckt. Oder man hält die Luft an und schluckt es ganz schnell hinunter. Ganz sicher haben sie nicht jedem geschmeckt. Und dann noch die Eingeweide, den Kopf etc. Das war bestimmt auch nicht jedermanns Sache. Ich habe mal nachgeschaut, was sind denn so bittere Kräuter? Und davon sind auch einige in so einem Magenbitter verarbeitet. Einige davon kannte ich gar nicht. Das ist Kampfer zum Beispiel. Dann den Wermut, den ich hier habe. Sennesblätter, Eberwurzel, Mürre, Üsop und dann diese Weinraute. Und zu meinem Erstaunen stand da auch Manna. Es gibt tatsächlich sogenannte Manna-Stangen, die auch zu so einem Bittertrank gehören. Und es sind nur einige der Zutaten, die auf diesem Rezept aufgeführt waren. Und es stand dort, dass es nicht gut schmeckt, aber hilft. Es schmeckt nicht gut, aber hilft. Und damals hat Gott befohlen, dass die bitteren Kräuter dazugehören, dass sie gegessen werden müssen. Und bittere Kräuter gehören auch zu unserem Leben. Das sind die Dinge, die uns nicht gefallen, die wir aber nicht ausklammern können aus unserem Leben. Zum Beispiel Krankheit, Verleumdung, Verletzungen, Anklage und so weiter. Wir haben gerade gesehen, dass es nicht gut schmeckt, aber hilft. Wir wollen das nicht, aber es bringt uns näher zu Gott. Es hilft uns, Gott näher kennenzulernen. Diese Dinge, die uns nicht schmecken in unserem Leben, wo wir verletzt sind vielleicht oder, ja, ich habe es gerade vorgelesen. Es hilft uns, Gott näher kennenzulernen. Es hilft uns, näher zu Gott zu kommen. Der alte Bund ist ein Schatten auf den neuen Bund, ein Bild auf das neue Testament. Und Jesus ist das fehlerlose Lamm, das für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sein Blut vergossen und die Macht des Todes besiegt, damit wir Schutz haben. So wie die Israeliten dieses Blut an die Türpfosten gestrichen haben und der Todesengel vorüberging. In 2. Mose 12, Vers 23 heißt es, Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Wenn wir Jesus das Lamm in unserem Leben aufgenommen haben, sieht der Verderber das Blut Jesu in unserem Leben. Der Verderber ist Satan und es wird ihm verwehrt, in unser Leben zu kommen, wenn wir ihm nicht eine Türe öffnen. Das Blut von Jesus gibt uns Schutz. So wie damals dieses Blut des Lammes an den Türpfosten. Und das Essen des Lammes bedeutet für uns heute, dass wir Jesus ganz in unser Leben aufnehmen. Sein Wort akzeptieren, daran glauben und danach leben. Auch das, was uns nicht schmeckt, das, was unser natürlicher Mensch nicht will. Und dazu gehört auch zum Beispiel vergeben. Böses mit gutem Vergelten, nicht neidisch oder eifersüchtig zu sein, nicht stolz sein, nicht auf andere herabsehen und so weiter. Das schmeckt uns doch nicht immer so, oder? Die Israeliten mussten das ganze Lamm mit Kopf und Innereien essen. Und da waren noch die bitteren Kräuter. Die bitteren Kräuter sind das Unangenehme, was uns Schmerzen bereitet in unserem Herzen. In 2. Timotheus 2, Vers 3 steht, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Oder in Philippa 3, Vers 10, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, in denen ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Und hier spricht die Bibel von Leiden. Und da steckt doch schon ein bisschen so bitteres Kraut drin. Wir sollen Teilnehmer sein an seinem Leiden und sie erkennen. Und jetzt erhebt sich die Frage, was sind denn das für Leiden, wo wir teilhaben sollen? Wenn wir Jesu Leben auf dieser Erde betrachten, können wir es sehen. Jesus hat auch gelitten, wie Menschen ihn behandelt haben. Über Ablehnung, Unverständnis, Lügen, Drohungen hat er alles mitgemacht. So wie wir das auch erleben in unserem Leben oftmals. Er hat zum Beispiel geweint über die Stadt Jerusalem. Über die Menschen, die so hartherzig und verstoppt waren. Es hat ihm wehgetan. Die Jünger jubelten, als er in Jerusalem einzog und die Pharisäer sagten zu ihm, weise sie zurecht. Lukas 19, 37 Die Gläubigen damals brachten ihm Unverständnis und Ablehnung entgegen. Jesus hat genauso darunter gelitten, wie wir das auch tun. Hast auch du einen Schmerz in dir, weil deine Nahestehenden dir Vorwürfe machen und dir nicht mehr vertrauen. Vorwürfe, weil du nach Gottes Wort leben willst, weil du betest. Und das sind die Leiden, von denen die Bibel spricht. An diesen Leiden, die Jesus auch durchlebt hat, haben wir Anteil. Das sind bittere Kräuter. Das ist Bestandteil unseres Lebens. Das, was uns wehtut, in unserer Seele und in unserem Herzen. Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Ablehnung, Minderwertigkeit, Unverständnis, Lüge, Hass, Neid, Eifersucht, Zorn, Enttäuschung, Einsamkeit, kann man lange fortführen, ausgeschlossen sein, verletzte Ehre, Gewalt und so weiter. Darunter hat Jesus auch gelitten, so wie wir auch darunter leiden. Das ist das, was uns auch der Psalm 23 berichtet. Wenn es auch bitter für uns ist, durchs dunkle Tal zu gehen, den Enttäuschungen, den Verleumdungen, dem Unverständnis standzuhalten, aber es geht auch wieder heraus. Wir sind unter seinem Schutz und er führt uns auf grüne Auen und zum frischen Wasser. Ist das nicht wunderbar? Er schenkt uns Trost und er ist immer bei uns. Im alten Bund mussten die Menschen opfern. Im neuen Bund dürfen wir zu Jesus kommen und werden gereinigt durch sein vergossenes Blut. Welches Vorrecht? Wir kommen nicht mehr um wie im alten Bund. Und das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Im Gesetz kommen wir um und in der Gnade, die Gnade gibt uns die Chance zur Umkehr. Die Israeliten hatten keine Wahl, dem sofortigen Tod zu entkommen, außer sie opferten und strichen das Blut des Lammes an die Türen. Wir müssen nicht mehr Gesetze erfüllen und wiederkehrende Rituale ausführen, sondern wir sind frei, das Erlösungswerk Jesu anzunehmen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und auferstanden, dass wir die bitteren Kräuter nicht mehr essen beziehungsweise verinnerlichen müssen. Wir dürfen sie sofort ans Kreuz bringen und dort lassen. Alles, was bitter ist in deinem Leben, lade ab. Alles, was dir Kummer und Sorge macht, lade ab. Die Israeliten mussten die bitteren Kräuter essen und das Blut sinnbildlich an die Türe streichen, als Zeichen, dass das fehlerlose Blut des Lammes sie schützt. Jesus, das fehlerlose Lamm, hat es ein für alle Mal getan, für dich und für mich. Jesus hat Ablehnung, Hass und Gewalt in einem Maße erlebt, dass es grausam war. Und jeder Mensch auf dieser Welt hatte ihn verlassen. Jeder. Keiner hat die Stimme für ihn erhoben. Sogar das, was uns nie passieren wird, hat er durchgemacht. Gott, der Vater, hat ihn verlassen. Und diese Einsamkeit tut weh. Nichts, aber auch gar nichts im Universum stand zu ihm. Und das wird uns nie passieren. Jesus sagt zu uns, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt oder ans Ende der Zeitalter. Er wird dich nie verlassen und er ist der Einzige, der dich nie verlassen wird. Jesus hat den ganzen Hass und die Macht der Sünde gespürt. Er hat gelitten und trotzdem wurde er nicht bitter in seinem Herzen. Er hat der ganzen Menschheit vergeben. Und Jesus sagt in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Aussage ist voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Jesus hat vergeben. Jesus hat vergeben. Sonst hätte er nicht zum Vater gehen können. Er war sündlos. Und nicht zu vergeben, das ist Sünde. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer das manchmal ist, zu vergeben. Es tut weh, verletzt zu sein und dann zu vergeben. Und Jesus hat genau das empfunden, wie wir. Er war auch verletzt in seiner Seele, war enttäuscht von Menschen und hat genauso den Schmerz verspürt, wie wir. Und das sind die Leiden Jesu, von denen die Bibel spricht. Viele Christen denken, mit den Leiden Jesu, von denen die Bibel spricht, sei Krankheit, Armut oder dass es uns nicht gut geht. Gemeint. Es ist nicht richtig zu denken, dass wir Krankheit tragen müssen. Gott will nicht, dass du krank bist und er will auch nicht, dass es dir schlecht geht oder dass du Not hast. Sehen wir nach, was im Wort Gottes über Krankheit steht. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Matthäus 8, 16, 17 Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und Matthäus 9, Vers 35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er heilte alle Menschen, die vor Ort waren. Er heilte nicht die ganze Welt, nur diejenigen, die da waren. Und wenn Jesus jede Krankheit und jedes Gebrechen heilte, warum sollen wir dann krank sein? Wir sind seine Kinder, sind ihm nahe und haben eine Beziehung zu ihm. Und Kranke zu heilen war Jesu Hauptbeschäftigung, neben des Lehrens. Und auch die Jünger mussten nicht leiden durch Krankheit, sondern er gab ihnen sogar Vollmacht, Kranke zu heilen. Matthäus 10, Vers 1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Es macht keinen Sinn, dass die Jünger Kranke heilten und gleichzeitig selbst an Krankheitsleiden teilnehmen sollten. Und wir lesen auch nirgends, dass Jesus jemals krank war. Er kannte wohl körperlichen Schmerz, aber nicht durch Krankheit, sondern durch Folter, durch Peitschenschläge und das grausame Sterben am Kreuz. Deshalb kann er mit uns fühlen, wenn wir körperliche Schmerzen haben. Er hat es selbst erfahren. Wenn Jesus nie krank war, gibt es auch keinen Sinn, an diesen Leiden der Krankheit teilzuhaben. Man kann nicht an etwas teilhaben, das gar nicht ist. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und in 2. Timotheus 2, 3 heißt es, nehmt teil an den Leiden. Doch Jesus war nie krank. Er will auch nicht, dass es dir schlecht geht oder dass du Not hast. Die Bibel verheißt uns, dass Gott gerade denen dann besonders nahe ist oder bei uns ist, wenn wir durchs finstere Tal gehen. Das finstere Tal ist sozusagen die bitteren Kräuter, auf denen wir herumkauen. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Auch wenn du im dunklen Tal sitzt, fürchte dich nicht. Beim Auszug aus Ägypten hat Gott befohlen, die bitteren Kräuter zu essen. Und auch in unserem Leben passieren Dinge, die uns nicht gefallen, die uns nicht schmecken. Und jeder von uns hat diese Erfahrung schon gemacht. Lass dich nicht abschrecken von diesen bitteren Kräutern in deinem Leben. Du musst die bitteren Kräuter nicht mehr essen und schon gar nicht verdauen, bildlich gesprochen. Du kannst sie sofort abladen. Es gibt einen Platz, wo du Lösungen findest. Am Kreuz. Jeder von uns hat Dinge, die ihm nicht gefallen. Nutze die Möglichkeit, dass es dafür eine Lösung gibt. Bei Jesus. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei. Untertitelung. Vielen Dank.